Die ab diesem Drittel, ab Drittel Nr. 2. Gleich einmal hier das Überzahlspiel für die Drachen in den grünen Trikots und das ist der Anschlusstreffer. Sie verkürzen Maris Bicev, sie ist mit der 96, einer der wenigen engagierten Letten in der Liga, macht aber mal seinen Treffer für seine Mannschaft.